Der CL65 AMG, 612 PS und die Gewalt von 1000 Newtonmeter reißen jede Asphaltdecke auf. Der 12-Zylinder B-Turbo trägt den imposanten Titel stärkster Serienmotor der Welt. Right-Side-Fretz dürfen das 200.000 Euro Kopie testen. Sehr gut. Was ist das für eine? Ein CL65. Das erste, was man machen muss, ist die Motorhaube öffnen. Wie können wir das machen? Ich weiß nicht, warum sie es machen. Ah, hier geht's. Welch eine Pracht. Fantastisch. Gut für Heimechaniker. Man kann alles selber reparieren. Es ist so einfach. Alles, was man braucht, ist ein Schraubenschlüssel und ein Schraubenzieher. Fred hat eine Mercedes 4x4 AMG. Er hat es nur geholfen. Was ist eine? Okay, hier geht's. Wir sind weg. Wir sehen uns in Milan, Leute. Ja, wir sehen uns in der Raum. Das klingt gut. Oh, diese Räume sind jetzt super. Nach wenigen Metern rätseln die beiden über den Preis. Es sind sogar 201.000 Euro. Ja, absolut. Wir haben den Kuh-Holter raus. Wir können es nicht wieder rein. Halt an. Das muss sein. Das muss sein. Das, 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 das. Wenn es keine Techniker aus der Mercedes gibt, arbeiten wir nicht auf einem Sonntag. Genug gefummelt. Die 12 Zylinder des 6 Liter Biturbo muss man spüren. Sie zaubern die schönsten Gehmassen in Popstar-Gesichter. Sometimes they don't. Oh, man ist sehr schwer. Wie lange! Ist das nicht nur so schnell. Ich denke, ichteil의 X-Thorne. 실ch 붙 иногда on? No. Oh, ein dummer. He ist ein dummer Mann. Ich kann's nicht tun. εί hast du Ihren X-Thorne. Ja, ich kann's nicht Paris. Sieht. Das funktioniert nicht einfach. Selbst Musiker suchen in einem 612 PS Kraftprotz den praktischen Nutzen. Wenn es in gerade einmal 4,4 Sekunden auf 100 geht, ist Fliegen definitiv nicht schöner. Auch wenn bei 250 kmh die Zügel der 612 Pferde gezogen werden. Richard ist von der Leistung des V12 überwältigt. Für Rideshead Fred kann es davon nie genug geben. Ein AMG imponiert aber auch Frauen. Aber wer braucht schon Frauen, wenn man 1000 Newtonmeter hat? Die Zügel des V12 überwältigt. Die Zügel des V12 überwältigt.